Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute Royal Defense. Willkommen zurück zu Mission 12. So, kleine Pause. Wir nehmen den da. Warten etwas. So, die vergiften wir. Einer ist durch, aber den kriegen wir hier. Da werden wir die Kanone hier hin. Haut wunderbar hin. So, wir werden wieder auf Masse statt auf Klasse machen. Das hat schon mal gut funktioniert. Jetzt kommen sie von hier. Gleich zwei am Anfang. Das sollte super gehen. Jawohl, kein Problem. Rift 2 von 5. Hier möchte ich mal einen Flächendamage hin. Im Ordentlichen. Sonst wäre man da wahrscheinlich nicht mehr vorwärts kommen. So, den können wir upgraden hier. Einer ist durch. Aber das ist nicht so schlimm. Wohl, 4 von 5. Oh ne, diese Pisser da wieder. Ey, wie mit ihrem Arsch gehen, Leute. Jetzt schläft der Tower wieder. Das ist doch scheiße. Oh, schlafende Tower. Das ist der größte Witz, die die Tower lahmlegen. Das ist in jedem Game der größte Witz. Das ist ja einfach nur richtig lästig. So, jetzt können wir den da upgraden. Den da upgraden. Das ist jetzt... Oh, man, diese missgebunden. So eine Arschloch-Partie. Die gehen mal so im Sack, diese Typen hier, die... äh... Oh, den habe ich ganz übersehen. Der ist natürlich richtig... Richtig praktisch. Die gehen mir so im Arsch, Leute, die was, äh... Die Tower lahmlegen. Das ist einfach nur ein Witz. Einfach nur ein Witz, diese Tower. Richtig lästig. Richtig lästig und ungut. So, hier noch einen. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Hier oben einen. So, wir haben alle. Nächste Wave. Nehmen wir auch noch einen. Flächendamage. Nächste Wave. Hier nehmen wir auch nochmal Flächendamage. Hier nochmal eine Kanone. Einer ist durch, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die nächste Runde wird erst tragisch. So, wir müssen die da... Äh, ne, ne, den zweiten... Ah, man, wieder lahmgelegt. So eine Scheiße mit diesen Pissern hier. Gehen wir so im Arsch. Leute, die gehen wir so am Arsch. Die sind so lästig, diese... Äh, die die Tower lahmlegen, das ist echt der größte Witze. Das ist einfach nur witzfrei. Es ist schon nervig, die 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 Tower lahmlegen, weil... Ja, kannst halt Null machen, ne. Richtig lästig. So, wir haben's. Nächste Wave. Ja, aber bis jetzt haut's hin. Es ist nur einer durch. Letzte Wave. Können wir den hier upgraden. Wunderbar, wunderbar. Nur einer durch. Damit kann man leben. So, dann schauen wir mal. Was können wir hier den upgraden? Äh, das kostet schon einen Haufen. Hier haben wir voll. Am Anfang mehr Geld machen wir. Kann man brauchen. So, die vier nehmen wir mit. Nächster Tower. Äh, nächster Tower. Nächste Runde. So, die kommen hier. Das heißt, wir werden hier einen kaufen. Das hier. Hier Gift. So. Den zweiten noch. Und wir brauchen hier einen kleinen. Haben wir. Wunderbar. Den verkaufen wir. Dann können wir hier einen dritten. So. Nächste Wave. Schalten wir wieder langsamer. Den upgraden wir. Nochmal upgraden. Und die nächste Wave. Jetzt upgraden wir den. Nächste Wave. Nächste Wave. Fünf und sechs. So. Wir müssen die da unten jetzt aufquälen. Haut hin. Letzte Wave, Leute. Letzte Wave. Die werden wir mal einfrieren hier. Dass wir ein bisschen Luft haben. Oh, da kommt einiges runter. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Das wird schwierig. Ja, ist ja ausgegangen mit einem. War das knapp, Leute? War das knapp? Das war mehr wie knapp. Aber sowas von knapp. Nächste Runde. Jetzt haben wir einen Sniper. Aber gut. Den will ich eh nicht unbedingt. Den, den Hammer. Ja, das ist so eine Sache. Den haben wir das letzte Mal auch unten aufhalten können. Ich werde es aber trotzdem nur mal probieren. Vielleicht können wir den noch aufhalten. Ja, das könnte sogar ausgehen jetzt, Leute. Der Kleine macht nämlich wirklich gut Schaden. Der macht mehr Schaden wie der Große. Wo gibt's denn sowas, Leute? So, wir können uns mehr leisten. Zack. Hier noch einen. Das könnte funktionieren so. Hammer, jawoll. Hat doch super funktioniert. Oh, ist schon stressig. Mal schauen, was wir bei zwei machen. Aber jetzt sind ja drei Tower da und die hauen dann noch mehr rein. Nehmen wir den da zuerst. Jawoll. Machen wir Sniper Dauer draus. Das ist eine Idee. Die sollen richtig gut reinhauen, glaube ich. Hammer auch eine schöne Range. Hauen auch gut rein. Stimmt. Und zwar richtig gut. So. Gehen wir mal noch einen Sniper Tower hin. Ja, die Sniper Tower sind auf jeden Fall gut. Die hauen da ihnen so schön die Fresse hin. Und wir haben es geschafft. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut geht. So, was können wir denn noch machen? Wir sparen diese acht und gehen zum nächsten Level. Jetzt haben wir das da. Mal schauen, was jetzt kommt. Wieder so ein dicker. Oh, wir kriegen erst Kohle, sehe ich. Gut, der kriegt dann gleich den da rein. Und den da. Ja. Ja, der muss eine lange Runde jetzt laufen. Es ist halt blöd jetzt hier. Hier können wir den hin. Jawohl. Jawohl. Schöne Range hat er auf jeden Fall. Den stellen wir jetzt woanders hin. Dazu brauchen wir aber Kohle. Der kriegt nochmal das da. So. Hier müssen wir ihn jetzt kriegen, weil sonst geht sie das nicht mehr aus. Hau rein da. Komm, hol den dir. Okay. So, wir haben ihn. Wunderbar. Den verkaufen wir. Das gehen wir hier hin. Hier auch einen hin. Den gleich stärker machen. Genau, so muss das gehen. Hey. Wieso geht denn der? Oh. Das will ich jetzt ehrlich gesagt tristaten. Wieso der jetzt nicht auf den gegangen ist? Das verstehe ich nicht. So ein Idiot. So. Zack. Der kriegt. Das hier auch. Ein bisserl was zumindest. Oh. Ich weiß schon was wir machen. Wir nehmen das hier. Und das da. Der müsste dem so richtig schön einheizen jetzt. Der kriegt noch eine Portion von dem. Verkaufen wir. Jetzt ist die Frage hier oder hier. Machen wir das hier. Nun geht sich das auch aus. Ja, knapp. Aber knapp, Leute. So. Hier hin. Der andere hier. Er wird vergiftet hier. Das ist okay. So. Haben wir. Der nächste. Wir brauchen mehr Range, dass er die da hinten kriegt. So haut es hin. Wir machen hier einen Sniper rauf. Und hier ebenso. So. 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 Und wir haben es geschafft. Oh. Oh. den verkaufen. Den verkaufen wir. so. 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 Oh. Oh. Jetzt kommen fliegende. Stopp. Wir müssen den da aufrüsten. Verkaufen, weil wir brauchen Kohle. zum Sniper. Der kann die runter holen. So. Dann ist das Problem gelöst. Den machen wir auch nur zum Sniper. So. Stopp. 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 zu kleinen da die müssen wir auch kriegen gehen da jetzt da kommen ein paar durch aber das ist noch nicht so schlimm da kann man noch was machen zum beispiel die vergiften hier das sollte doch ganz gut gehen hier kann man auch noch was machen jawohl noch ein sniper hier so das ding machen wir dann auch wir machen hier lauter sniper ich glaube das ist eine gute idee beziehungsweise hier wieder nur normal machen da gehen sehr viele durch aber das geht noch das geht noch es könnte schlimmer sein welle 4 von 5 ist es so die dicken die werden auch unter kontrolle kriegen sind ein haufen von denen aber das sollte hinhauen einfach ein paar sniper dahin die machen genug die match hier auch noch einen sniper so sagen wir locker passen durch aber es geht es gibt schlimmeres leute es gibt schlimmeres so da nice one wie viel haben wir 19 da kann man was machen wir schauen in den shop wir können zum beispiel das startgeld erhöhen das ist was wir machen wieder mal ein cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich darüber freuen bis zum nächsten euer zocker andy let's play tschüss